Willi Herren wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Der Entertainer Willi Herren ist tot. Wie RTL aus Polizeikreisen erfuhr, starb der 45-Jährige am 20. April 2021. Die genauen Hintergründe zum Tod des Entertainers sind noch ungeklärt die Polizei ermittelt. Nur eine Woche zuvor postete der Kölner seinen letzten Post bei Instagram. Willi zeigte sich zuletzt gut gelaunt bei Instagram. Sein letzter Post war ein selbst gedrehtes Video. Willi, der 2021 in der neuen Promis unter Palmen Staffel im TV zu sehen war, hatte vor einer Woche einen Livestream gestartet und sich dort mit seinem Showkollegen Calvin Kleinen über die Dreharbeiten unterhalten. Wie satt, eins mittlerweile bekannt gab, wird Promis unter Palmen nun aus dem Programm genommen. Aus Pietätsgründen wird satt. Eins die Verbleibenden folgen Promis unter Palmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden, heißt es seitens des Senders bei Instagram. In seinem vierminütigen Instagram-Clip hatte Willi noch von der Show geschwärmt und seinen Fans versprochen, jede Woche in den Werbepausen etwas zu posten. Auch die große Eröffnung seines neuen Foot-Trucks kündigte er bei Instagram freudig an. Willi lachte in seinem Video, freute sich über seine Teilnahme an der Show und war stolz auf seine wachsende Fun-Community. Willi Herrens TV-Karriere Seine TV-Karriere startete Willi damals als Oliver Klatt in der Serie Lindenstraße. Von 1992 bis 2007 war er dort zu sehen. Im Jahr 2004 war er Teil der zweiten Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus und verpasste den Kampf um die Dschungelkrone knapp. Er belegte hinter Isabel Varell, Platz 2, und Desiree Nick, Dschungelkönigin, Platz 3. Im März 2014 kehrte Herren für eine Gastfolge nochmal zur Lindenstraße zurück. Danach folgten verschiedene Engagements in Reality-TV-Formaten. Der gebürtige Kölner wirkte in der fünften Staffel von Promi Big Brother mit. Im Sommer 2019 nahm er zusammen mit Ehefrau Jasmin Herren bei das Sommerhaus der Stars teil und landete auf Platz 4. Letztes Jahr war er noch beim RTL-ZWEI-Format bei Kampf der Reality-Stars zu sehen. Micky Krause über Willi Herren, du hattest dein Herz am rechten Fleck. Zuletzt gab es immer wieder Berichte um die Trennung von Willi und seiner Ehefrau Jasmin Herren. Willi Herren äußerte sich noch vergangene Woche selbst dazu. Der 45-Jährige hinterlässt zwei Kinder. Wie Herrens Management im Gespräch mit RTL verrät, soll Jasmin nach der Todesmeldung unter Schock stehen. -Chefs-Musik- Wie Herren-wi Herren-W экimosemper that is! Die 4-Jährige hinterlässt zwei Kinder.